Und jetzt grüßen wir die Gabi und die Zindi in Oschersleben. Und wer grüßt? Wer bist du? Mama. Und du? Nida. Gut, und die Tante. Und tschüss. Ich grüße meine beste Freundin Sina, meinen besten Freund Nico, meine Familie und Elena und Caroline. Also, ich soll jetzt hier jemanden grüßen und dann grüße ich meine Tochter in Berlin. Ich hoffe, der geht's gut und die macht ja auch so eine Arbeit als Moderatorin, wie ich jetzt hier auch tue. Und dann grüße ich sie ganz lieb und könnte also auch noch meine Frau zu Hause grüßen. Also, Anna, hoffentlich geht's dir gut und Romina auch. Ich grüße meinen Bruder Gens. Hallo, mein lieber Junge. Ich grüße dich hier aus Hameln. Ich wünsche dir für morgen noch alles Gute zum Geburtstag. Dein alter Daddy. Ich grüße meine beste Freundin Lena, ähm, Patricia, ähm, Melissa, meinen Bruder Sebastian und meine Familie. Ich grüße dich, hallo. Ich grüße meinen guten alten Kumpel Tom. Ich grüße Nico Bremer. Ich grüße Timon Galado. Okay, ich grüße Anna Pomerenig. Torfa Schiebler. Anne-Sophie Gruppe. Hanna Käse. Annika Krebs. Und, ähm, hast du Anna Pomerenig gesagt? Ja. Okay, dann grüße ich, ähm, wie heißt sie denn nochmal? Äh, Jan, Jan Fischer. Jan Fischer, okay, okay, das war's, ne? Jan Fischer, okay, ja, ich grüße. Untertitelung des ZDF, 2020